Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Icarus. Ja, ich hab meinen neuen alten Rechner wieder hergestellt. Schau mal, dass es gut läuft. Also zurzeit geht das. Gut, ich hab da hier ein bisschen... ...und wir scheinen müssen erstmäßig schlecht zu sein. In die verkehrte Richtung. Ganz kurz. Aber das kriegen wir mal hin. Ich hab nicht. So. Ja. Geht man so weiter, vielleicht kommt noch ein Ton an. Ja, äh... Ich hab nun... Gold gesucht. Wie ein Blöder. Muss ich kurz die Karte aufbauen. Also ich war hier unten gewesen. Mau. Hier. Hier gibt es zwei Höhlen. Die enthalten die zwei Gold-Lager. Und da war hier oben noch eine Gold... äh... eine Höhle. Ansonsten ist das hier echt mau. Mit der oben war ich noch nicht gewesen. Also das ist ja eine Entfernung. Ich sag mal so. Ist eine Weltreise. Gut. Also ich hab noch eingeschmolzen. Ja, hoffen wir es reicht, ne? Also wir brauchen dafür das Blut... äh... Verbundstoffe. Gucken hier. Hochofen, den haben wir. Materialverwerter. Wir brauchen äh... elektronische Geräte. 60 Stück. Titan-Block. Gut Carbon. Gut, dann werden wir auch noch hinkriegen. So... äh... Da brauchen wir jetzt noch... X-Poxy. Knochen. Knochen, ne? Baumharz. Ja... Ist der Wahnsinn. Dann haben wir X-Poxy. Baumharz können wir auch herstellen. Zusammen mit Schwefel kann man das auch herstellen. So, wir haben jetzt da von... Brauchen wir auch, ne? Für die Teile brauchen wir das auch. Was rüber damit. Knochen. Knochen fertig. Vielleicht befürchtet er noch Kupfer holen muss, aber... Mal schauen. So langsam gehen wir die Höhlen aus. Das wird nicht reichen. Den Bogen könnt ihr kurz reparieren. Das geht ja hier nicht, das wollen wir hier machen. Ja, ich brauche eine größere Behausung. Ich muss ein bisschen anbauen. Oh, wir haben Nacht. Da wollen wir nicht auch bleiben, ne? Da schlafen wir ganz kurz. Ist ja dunkel. Ja, ich habe noch... Zwei Tage Zeit. Heiß heute noch. Und... Und morgen zur Not. Geh mal raus wegen dem Knochen. Ja, es gab keinen großen Update. Aber wenn das... Jetzt die Folge kommt. Irgendwann... Ja, spät. Weiß nicht genau wann. Dann ist das so, ne? Wenn ich zu hören vom Ton, vom Spielzaun her... Kein Hirsch in Sicht. Kein Wolf. Gibt's auch gar nicht. Ich muss von der Grafik noch einiges einstellen. Ist noch nicht optimal. Die... Die... Ein Hase nützt mir nix. Aber die Tiere müssen auch erst kommen, ne? Da hinten war ein Hirsch. Na hier war ein Waldbrand. Hat schön gebrannt. Das ist ja ein bisschen dunkel. Geh mir zu. Geh mal ein bisschen dichter ran. Vielleicht habe ich aber noch ein bisschen Glück. Gehs doch gar nicht. Oder ich mache es über Knochen, über Baumharz. Über Stöcke. Geht auch. Ich bin vielleicht gleich noch ein Wolfgang weg. Entschuldigung. Oh, weg ist er. So, ich habe ihn genommen. Schmeck. 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 Barrieren. Das Essen ist nun gut. Bedauert gibt es schon so viel zu essen hier. Teilweise auch nicht genutzt. Im Oben zum Beispiel. Der Hase, du bist hier zu klein. Da sind wir schade, sie versteckt zu haben. Gänse. Aber nicht wieder. ob man jetzt der Ton nicht bleibt und sonst müsste ich mir wieder Kopfhörer aufsetzen ja die erste Stöcke sammeln und dann daraus was herstellen Baumharz war es gewesen die 60 Tonne Teile herstellen können damit die Verbundstoffe herstellen können, das ist der Wahnsinn Hauptsache es liegt nicht ganz verkehrt, aber das macht es umsonst aber das weiß ich eh erst wenn es bereit ist das Spiel lässt mir jetzt ein bisschen unter Druck und fertig zu werden und mein gut heute habe ich noch die ganzen, ich würde sagen Nachtzeit aber doch recht lange ich bin ja nicht so das angewiesen, dass ich pünktlich in den Zähnen weggegeben muss obwohl ich morgen früh früh geklappt habe aber Montag geht das meistens ich hoffe das heute abschließen kann und daher so laufende Woche bearbeiten ich habe jetzt den Titel nicht einzutragen für Hauptsache Jürgen, das müssen wir machen zumindest für morgen sonst ist es auch nicht tragisch aber wenn ja schon mal ein Titel da ist, ne na gut, wenn ich jetzt die Aufnahme mache, dann ist das schon mal ein Gefächter stimmt, wie das jetzt ist ich ja, das muss man echt lange vorarbeiten, sonst hast du da keine Chance da was zu reißen, ne ja, mal sehen, die Hütte noch ausbauen wäre glaube ich gar nicht verkehrt für das Gerät, wenn man noch was tun dann brauche ich ja mindestens zwei Balken und zwei Bodenplatten wir sind Eisen zur Not paar Nägel das können wir gleich mal machen das können wir leider nicht verwenden das haben wir auch schon rechtlich Knochen haben wir keine gekriegt da hat mir Pech so, jetzt haben wir einen Nägel da was haben wir hier nix nicht viel ein bisschen Eisen da oh, das wird knapp das wird knapp Kupfer übrigens auch, da geben wir keine gekriegt für da haben wir noch nix drin, ne 30 müssen reichen normalerweise für zwei oder drei Wände das Gurt leg mal hier rein, das brauche ich sowieso wäre nicht äußerst blöd, wenn ich da noch mal los müsste und das besorgen müsste Holz da habe ich mich noch mal drin gehabt und ein paar Steine brauche ich noch die hier drin ne, Kupfer drin, das wollen wir gleich mal raus nehmen das brauchen wir gleich das müssen wir einschmerzen Eisen aber auch da, das können wir auch noch einschmerzen wenn auch ein Ding mal hin kriegen würden, ne also weil Stahl waren brauchen wir garantiert auch noch also das sehe ich schon kommen äh, komm mal ein bisschen rein dann Eisen Kupfer 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 Vorher schlecht wird Gut, Nägel haben wir, ein paar Steine. Vielleicht lasse ich noch mal den Wolfen weg, kann gut sein. Die Zeit, 18 Uhr, dann Tonschuhl kommt meistens nach 5 Minuten ungefähr. Ich weiß nicht, war noch nie, keine Ahnung, das Problem hatte ich noch nicht gehabt. Und hier wieder, obwohl ich jetzt aber ein anderes Meinwort habe. Könnte aber ein 3 Euro leben sein, also theoretisch schwierig. Sind los, keine Ausdauer. Gut, da haben wir Steine, haben wir da, Nägel. Irgendwann noch gefehlt. Also zwei Decken brauchen wir. Wende, 4 würde ich meinen. 3 machen es auch. Dann fehlt Nägel, okay, da können wir zur Not neu herstellen. Paar Wende reißen wir aus, ne, ab. Von daher denke ich mir aber, das reicht. Ich habe jetzt nicht gerechnet. Zwei Balken. So, hier mal was nachlegen. In diesem Zeug habe ich ja so viel, da kann man ruhig reinhauen. So, bauen wir an, ne? Null. Jetzt fehlt mir die Bodenplatte aus Holz. Aber das kriegen wir noch hergestellt, das ist ja kein Problem. So. Drei, neun. So, Y. Chaos. Komm nicht durch. Typ ist ein doof. Blöd. Die Waren können wir auch wegnehmen, ne? Der nehmen wir auf. So. Und stellen wir hier rein. So etwas. Also nicht so klein bauen, Leute. Baut schön groß. Ich könnte zwar noch eine Etage oben drauf bauen. Oh, das möchte ich nicht. Haben wir alles drin? Seile, Seile, oh. Alles neben. Habe ich mal gedacht. Mach mal Seile. Hast genug Fasern. Und habe ich lange keine Seite gebraucht. Egal. So, das ist das. Die Kiste. Dann gehen wir hier lang, ne? Gehen wir aus lang. Die Knochen kommen entgegen. Da geht doch. Hier. Und reparieren müssen. Ist noch ein bisschen unscharf. Find ich jedenfalls. Ah, oh. Da müssen wir es mal justieren. Das. Andere Programm. Da sagt, es geht ja nicht zum Einstellen. Den lasse ich am meisten automatisch machen. Damit fahre ich meistens ganz gut. So. Haben wir schon mal Platz geschaffen. Können wir rausgehen. So. Müsst du den mitnehmen. Beziehungsweise. 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 Den auch. Seid doch. Die Leute kommen vorbei. Mal sehen, dass mein Kram hier los wird. Ich bin überhaupt überladen. Denken wir hier rein. Erstmal. Provisorisch. Die Fasern zumindest. Das gute Stück. Bis wir Platz gefunden haben, ne? Ja, dann kommt's noch nix. Gleich mal. Den Prozess beginnende Herstellung. Also muss man die Hütte erstmal zumachen. Bevor der Sturm aufkommt. Meistens kommt der Sturm auf. Und dann ist es dann schon schlecht. Für die. Ja. Die wertvollen Geräte. Die vertragen Gott nicht. Und dann geht das alles kaputt. Und dafür haben wir zu viel. Äh. Rennen müssen, ne? Gibt's doch gar nicht. Ich stelle hier ungern, ne? Ich stelle hier ungern, ne? Haha. Ich stelle hier ungern, ne? Haha. Ich stelle hier ungern, ne? Das muss sein. Scheint. Scheint. Scheint zu klappen. Ja. Da. Wo bist du? Na na. Nicht beißen. wieder rekord nicht jetzt dürfte eine weile ruhe sein wir waren die vier ihr dürft gerne öfter spawnen wir müssen die wände aufstellen sonst haben wir irgendwann ein problem acht das muss zu sein fragt das nicht wenn sie gut zusammen abgesichert wird immer die detaile erstellen was brauchen wir noch? wir brauchen dafür noch ja genau das zeug xboxy baumharz 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 das zusammen und dann haben wir auch diesen baumharz das noch herstellen und Knochenmehl machen wir auch gleich wieder Knochen gleich verarbeiten so jetzt hauen wir das xboxy hier rein das fehlt garant die kupfer da wird kein platz die holzkohle die kommt in einer tue leider können sie nicht verwenden nicht zu der menge die medizin kann man herstellen sonst war es kupfer die ich da da schnitt 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 da schnitt Das brauchen wir für mich garantiert auch, aber cool ist das Rennen. Jetzt haben wir noch eine Höhle, eine Quelle, das bringt dann 13 mal 13 mal Stahl, so. Oh, vier. Ich brauche 60. Das hat gefehlt. Ich habe ja noch Fleisch drin, ne? Ins Feuer legen, ne? Zum Braten. Was geht noch? Immerhin schon neun. Was wird mir fehlen? Das fehlt nicht. Kupfer wird fehlen. Wir haben nur 12 Kupfer. Epoxy-Field. So. Dieser Wahnsinn. Das wird ne... Angelegenheit, die wird lustig. Kupfer. Das bedeutet, wir müssen nochmal los. Das sehe ich. Da haben wir noch 17 Kupfer. Kupfer ist erledigt. Stahl müsste reichen. Stahl müsste reichen. Müssen wir nur schauen. 20. 60. Dann nehmen wir es mal rein. Überschuss. Da wir nicht so viel mitschleppen müssen. Stahl, warum noch nicht? Stahl, wenn wir hier reinlegen. Also Eisen. Also Eisen. Entschuldigung. Leder. Wahnsinn. Leder, ob hier so viel. Hier war voll. So. So. Ich weiß nicht mehr wie ein Scheiß. Das können wir zerstören. Die Stein legen wir hier rein. Erstmal. Da sind sie gut aufgehoben. Steine und Holz. Ja. Ja. Hier auch noch ein bisschen Kupfer. Da war ein Xbox hier. Da war richtig reichlich. Mensch, zum Glück. Anführungszeichen. Hier auch noch ein bisschen Kupfer. Oh, vier. Ja. War Metall. Kupfer, ne? Muss man das Fenster hier lassen, ne? Das können wir hier lassen. Das starte ich später auf. Vielleicht mache ich noch Fenster rein. Das wäre man ja schön. Ja. Mitnehmen. Später zerstören. Hm. Fackel ist okay. Ich werde mal die Höhle da drüben aufsuchen. Die große. Oder oben. Aber ich beende mal jetzt mal die Aufnahme und machen dann weiter, wenn wir die Höhle gefunden haben. Und dann was draußen sagen. Bis gleich. Jo. Weiter geht's. Jetzt. Ich habe die Teile zusammen. Die 60, äh, elektronischen Teile. Das legen wir jetzt mal hier rein. Das war mühsam. Am Ende hat es an Kupfer gefehlt. Kupfer braucht davon drei Stück pro Teil. Das ist schon ganz schön viel. Und jetzt, äh, guck mal den Ofen. Da fehlt uns noch Aluminiumblock. Das müssten wir haben. Titanblock müssten wir auch haben. Also, Titanblock. Aluminiumblock. Stahl manchmal als andere. Ja, das ist eine böse Rennerei. Okay. Da habe ich auch die Höhle abgegrast. So, mal gucken. Da. Ich brauche noch Carbonfaser. Carbonfaser. Und die Teile. Aluminium. Silizium. Und Silizium. Hatte ich auch schon genommen gehabt. Hatte ich irgendwas gehahnt. Bis zum anderen Tag auch merken können, was wir brauchen. Schon nachher. Äh, da haben wir was brauchen hier. Also, viele Rennereien. Also, je weiter man kommt. Also, je mehr man herstellen muss. Umso. Ja. Umso. Epoxy auch noch. Aber gut. 13 Stück. Das müsste reichen. Ansonsten können wir noch Epoxy herstellen. Das Baumharz. Also schon. Viel Arbeit, ne? Nehmen wir hier mit rein. Dazu brauchen wir das doch. Ja, Schäfel ist auch schon mittlerweile mangelbar. Aber, äh. Aber mittlerweile dürfte man fast durchsetzen, ne? Probier mal, ne? Ja, was fehlt noch? Achso, Carbonfaser. Aber hier. Wie der Härte. Ne? Das ist das. Nehmen wir mal das Kupfer raus. Solange wir gleich mal das andere herstellen. Das uns so wichtig ist. Ah, Carbon. Okay. 13 Stück müssen wir herstellen. Ja, Carbon, ne? Wundermaterial. Nur halt ohne Alminium, ne? Ja, Gold, Mangelware, Kupfer. Warum auch hier? Also, da kann man schon suchen ohne Ende. Ich hoffe, ich habe meine Videos angeschnitten, dass es da passen sollte. Ich hoffe, man nicht, dass wir irgendwann mal ein Rauschen können, dass ich beim Schneiden übersehen habe. Wir brauchen noch ein Stück. 13, ne? Einen habe ich noch. Acht. Sieben Rumpel. Okay. Dann haben wir alles. Dann das wieder rein. Steigen mal einen Mischer rein. Ja, man kann so etliches, also die Hütte aussteigen, das ist ganz wichtig, dass man da auch nicht beim nächsten Feuer alles verliert. Dann kann man es aufgeben. So. Bin dann mal gespannt, ob das funktioniert. Nehmen wir das Kabel auch noch mit. Nebenbei stelle ich noch Eisen her. Falls ich noch Benzin brauche. Bio-Sprit. So. Das werde ich mal hier vorne hinstellen, an der Wand irgendwie. Gutes Stück. Ich muss ja die gute Behausung schon mal erweitern. Weil ja... Ah, kommt Gewitter. Wir sind immer sicher, heute. In unseren schönen Behausung. Oh. Ich sehe, umso kommt ... ... auch ein Eisenerz zu. Platinerz. Ich sehe gerade wieder ... ... gerade der ... Kupfererz ... ... Eisenerz. Jetzt habe ich alles in die Eistelbein gespürzt, oder ich hab noch was drin, ach da war ich so blöchstig blau, das herzustellen, sonst lag mir schon an den Fingern, äh, ich brauch einen Strom, so 8 Geht wohl ein Teil, macht aber nix Silizium, organisches Harz Silizium 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 Kein Strom. Läuft aber ne. Kaustür. Sollte nun gehen. So wie. Was fehlt da nur? Was genau? Genau. Tatsächlich Uhrzeit. Was kommt da rein? Das ist eine gute Frage, was kommt da rein? Wer weiß es? Oh. Wer ist da? Wer ist da? Oh, läuft doch. Kabel muss da nicht rein? Glaube ich nicht. Aber wie gesagt, das ist mir ganz komisch. Äh. Ob ich draußen Schmelzober herstellen muss. Verbundstoffe. Technikraum. Rang 4. Das ist ja der Hammer. Der müsste 14 haben. Aber das ist nicht so richtig. Wie wollen wir das herstellen? Oh man. 12. 12. Und den brauchen wir auch. Ja. Materialverarbeiter. Ja. Aber die Frage ist ja dabei. Ist ja genau. Was genau? Wo wird es hergestellt? Öl. Öl Stück. Das ist eine gute Frage. Schmelzofen. Ach hier. Hm. Genau das war etwas gewesen. Aber ich habe jetzt Öl Stück. Da muss ich mal gucken. Da muss ich mal gucken. Da auch nicht noch was fehlt. Was wir herstellen können. Was fehlt da? Eisenerz. Mach keinen Mist. Wo Eisenerz wir eigentlich genug haben. In der Höhle. Also. Haha. Muss nur geholt werden. Ja. Aber nichts mehr. Das war auch nichts dran. Können wir ausmachen. Ah. Das ist ja ein Problem. Gut. Da habe ich auch noch vorgelegt. Ähm. Mal schauen. Ich habe hier noch ein Niedel gehabt. Gibt es garantiert. Und. Äh. Das probieren wir mal aus. Ob wir aus Eisenbahnen. Zerstören können. Okay. Was wieder. Oh. Da müssen wir jetzt nicht extra los. Läuft. So. So. Ein bisschen haben wir ja. 20. Verlust gemacht dabei. Ne. Die Hälfte ungefähr. Und was soll's. Also nicht alles gleich zu verarbeiten. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Wir hätten auch noch was. Zur Not. Äh. Eisenachs und so. Das können wir auch noch verwerten. Theoretisch. So. Acht. Acht. Auto rocket. Töne. 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 Töne Jackie. Döne. Töne. 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 Dan. Töne. Töne. Gut, um beides zu arbeiten. Gut, weil wir das jetzt noch gelassen haben, Platinenerz. So, 10. Macht 20. Schau mal. Der Brunststoffe. Ah, davon brauchen wir, schauen wir nicht nach. Kabel nehmen wir raus. Ja. Oh, elektronische Geräte. Ich werde wahnsinnig elektronische Geräte. Was heißt, ich muss da wieder... Oh, Gold haben wir noch da. Kupfer haben wir auch noch was da. So, das brauchen wir dafür. Der Wahnsinn. Wir brauchen 10 Stück. Wohanns hat es fehlen? Und Kupfer, ne? Den Kupfer haben wir da. Organisches Harz. Und... Organisches Harz fehlt. Da fehlt Oxid. Den klauen wir hier raus. Wenn draußen ist es dunkel, dann geht das Ding raus. Dann muss man zum Mond schlafen, ne? Selbitt. Das könnte eine sehr lange Folge werden. Also, ich weiß es nicht genau. Ich bin da schon sehr... Äh... Hab da den Blick verloren. Also, wenn wir Städel besorgen uns... Und Oxid. Und Titanerz... Wäre auch nicht schlecht. Höhlen finden, das ist das ganze Problem. Fehlermeldungen sind keine, aber ist gut. Dann brauche ich hier noch zwei Teile. Davon. Haben wir. 10. Lege mal das rüber. Kupfer auch. Das ist Kupfererz, ne? Und gleich ein bisschen Platz schaffen. So. Schrauben. Für Schrauben müssten wir... Ein Stahl. Haben wir hier noch Stahl übrig? Da haben wir Stahl. Oder aus Eisen. Hier wahrscheinlich. So. Einmal reicht. Ich schläge mal ein Stück. Mann. Ist das Wahnsinn. Also hier braucht man Zeit für. Der Wunschstoffe. Habe ich doch. Bin gerade hergestellt, ne? Also, was wird ja an der Aufgabe verlangt? Um ein Radar und ein Extrator herzustellen. Also, Radar. Ganz wichtig, dass wir nicht was brauchen, wenn wir nicht brauchen. Ein Radar. Und ein Extrator. Da brauchen wir nur fünf Teile. Fünf. Eigentlich mehr gestaltet. Was fehlt da vielleicht? Kupfer. Dann wird Kupfer fehlen. Und ganz viel. Massig. Kann man nicht mehr haben. Was? Eisen drinne. Wir haben kein Eisen. Wir haben kein Kupfer mehr. Kupfer ist echt eine Mangelware. Mal zu sagen. Grund der Tatsache. Geht Licht aus hier. Das geht nicht. Da seht ihr ja nichts. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist oben. Da ist aber nicht. Vielleicht so wenig. So, wir haben drinne. Stahlware. Ich nehme das mal hier raus. Das wertvolle Material. Ja, da wäre ich gut bei Besor müssen. Buntstoffe. Und der braucht ja... Gut, der wäre nicht so wichtig. Wichtig wäre erstmal hier unser Extrator. Na, da brauchen wir fünf Stück von. Kupfer weiß ich jetzt nicht genau. Schrauben nehmen wir auch raus. Stahl nehmen wir hier mal rein. Kitanenblock. Kitanerz. Aluminium. Dass ich keine extra Kisten bauen muss. Also darum geht es ja. Aber Kupfer ist jetzt schwierig. Muss ich mal schauen, dass ich da... Muss ich mal losziehen, Merle. Ob eine Kiste, geht das? Nö. Haben wir hier was rein, ne? Das viel geht auch nicht. Gold habe ich noch da. Ist aber auch wichtig, so. Leder rein. Hier können wir auch Leder rein tun. Das habe ich sowieso. Vielleicht muss ich noch in die Wüste rein. Das kann sein, also... In der Wüste oder in der Eiswelt. Das weiß ich noch nicht. Man kann nur sehen, dass ich irgendwo... Hier oben war ich ja da. Kupfer war noch ein bisschen da. Aber nicht viel. Eine war vielleicht. Da oben war nichts. Da war auch nichts. Das Einzige wäre hier oben irgendwo da. Und da ist auf jeden Fall noch Kupfer. Das Kabel ist raus, dann läuft es nicht mehr. Gut. Dann gehe ich los und suche mir mal Kupfer. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, weiter geht's. Kupfer gefunden. Genau genommen hier oben. In der Ecke. Da war eine Hülle. Da war ich schon mal gewesen. Aber da habe ich noch eine Schuhe vergessen gehabt. Und da war recht viel Kupfer vorhanden noch. Und sogar noch einmal Gold. Hatte ich übersehen gehabt. Da war er gleich versteckt. Ja, stellen wir mal das Kulostück her. Den Extravator. So, nur... Wüsste ich nur noch. Ach, ich gehe. Ach, ich gehe. Wenn je. Rucksack. Den lege ich hier mal rein. Sonst gehen würde. Geht vielleicht da rein. Geht da rein. Okay. Verwendet das Radar, um die Karte, um Exotmaterialien zu finden. Wir haben wieder Umwetter. Gibt das hier irgendwelche Positionen, die wir nehmen wollen? Nein. Das wäre der Hammer, wenn es genau da hinten wäre, wo... So ein Kreuz. Das ist wohl Zufall, nicht der Kreuz. Das ist ja auch in dem Bereich, wo wir nicht hin dürfen. Oder hin können. Ja. Schauen wir. Oh, der Sturm. Das gute Stück, der den Schaden nimmt hier. Rein hier. Ja, ich habe mein Messer verloren. Dann müssen wir eins herstellen. Idealerweise, was gut ist. Leder. Holz. Platinblock. Das ist doch genau richtig. Platin haben wir doch da. Ja. Ja. Also nicht, haben wir Stahl oder Oxid hier. Hier ist anderes Zeug. Hier. Ex-Proxy. Wenn ich weiß, ja. So. Da. Da. Ja, aber man sieht, man wollte die Folge hier fertig kriegen. Holz. Der Wind heult halt hier. Das ist nicht mal normal. Das ist am meisten unterwegs, wenn wir am meisten auf dem Wetter, muss ich irgendwie verstecken. Idealerweise eine Höhle. Gibt es aber nicht so viel. Platin, das ist aber kein besonderes. Ich hatte mir jetzt in Not ein Stahlmesser gehabt. Dann wollen wir gleich mal unsere Sachen reparieren. Fado-Bogen, also hier unseren Bogen. Aluminium. Ja, Carbohre und Verbundstoffe, das war ja der Hammer. Verbundstoffe ist ja richtig aufwendig. Das soll reparieren. Das ist ungünstig. Gerade jetzt mit dem Aufnahmestarter geht es wieder los. Wetter und Wetter, ne? Ja, aber was soll ich jetzt machen? Also, also ein bisschen mal sortieren. Ich muss es rausnehmen. Die wertvollen Sachen muss ich ehrlich gelassen. Das kann man auch nicht mehr nehmen. Dazu ist die Pizze zu müde, dann das zusammenzukratzen. Schöne warmen Bude. Die Frage ist nur, wo soll ich damit hin und scannen? Ich dachte erst dahin, nee, da ist uns verkehrt unser Raumschiff. Unser Sauerstoff ist alle, das sehe, das wäre ganz schlecht. Normalerweise ist das Zitpedale, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Also Platin noch hier lassen. Platin ist was wertvoller wie Gold. Verwendet das Radar, um die Karte total real zu holen. Jetzt müssen wir den Scannen draus und gucken, wo wir am besten hinstellen. Wenn es wieder vorbei ist. Jetzt haben wir die ganze Mühe gemacht. Das ist sinnloser, praktisch. Ja, sinnlos. Man kann nur noch eine Hirne aufstellen, eine Leuchte oder sowas. Aber die Ressourcen suchen, da glaube ich. Ja, mit der Maus, man kann. Mit rechts werfen. Das habe ich dummerweise im Wasser getan und dann war es besser weg. Ich habe mir gerade einen Tisch. Ich dachte im Wasser für die noch eine Höhle. Aber die giftigen Tüsche habe ich gefunden. So, okay. Können wir rausgehen. Ist es eine Uhrzeit? Ja, sehr spät. Also nachts wollen wir nicht rausgehen. So, wo genau. Ich gehe mal hier oben rauf, damit jemand rausgeht. Das Spur soll ja vorbei sein. Gut reingenommen. Und dann. Scannen wir hier oben. Ich weiß nicht genau, was hier nachfällen muss. Jetzt bin ich echt überfragt, weil von der Karte gar nichts gesehen ist. Er sagt ja auch nichts, der Wursche. Ich weiß es nicht. Ich bin echt überfragt. Wenn hier irgendwo ein Punkt zu sehen wäre. Da ist ein Kreuz. Aber. Das muss auch nichts heißen. Und da ist auch ein Kreuz. Aber da komme ich doch nicht hin. Da ist auch ein Kreuz. Aber da kommen wir nicht hin. Da ist auch ein Kreuz. Das tödlicht die Ecke. Da kommt die Meldung, dass wir verschwinden müssen. Tödlich. Zorn. Uh. IEK Ach. Jetzt haben wir es gefunden. Den Bereich. Aha. Alles soll schon vor du gewesen sein. histoire und dankst das hier hernt, Shell reston. der Finn. Bis gleich und Tschüss.